Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir und heute habe ich ganz viele Leute dabei und zwar hier dr. Kill Sergian heißt er ein Türkenkollege ja ich bin der Sergian alias Sokertürk ich mache selber YouTube Videos und ja ich wollte einfach mal mitmachen und ja dann ist der Oberdein Enrico noch dabei den kennt ihr überhaupt nicht ja ich glaube ich muss auch die 200 schießen ich ein bisschen oder so 250 hat sehen und da ist noch einer dabei denn da ist Marek auch noch dabei und da hat es rechtlich und wir spielen alle auf Omen so ich bin mit der Loll M14 EBR heißt in Enrico 2.20 Meter habe ich gerade wer mit der Spiele ich bin mit der EBR denn ich bin doch mit der EBR Enrico spielt glaube ich mit der L96 Marek spielt mit der VSS bestimmt ich wette mit dir Marek auch mit der EBR was seid ihr zu Hölle mit was nicht all auf einmal reden die OE ja ich bin mit der L96 die OE ja wow super Wer hat es zum Marsch gemacht hier deine Mama deine Mama ja ey Murat dreht sich mal um dreht mal um Murat dreht dich mal um komplett nein äh jetzt bin ich beleidigt heee 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 das tue ich schon lol fuck mal der Kadeke grad runter hast du Dual Slot ich nein oh ich sehe ich habe Dual Warp im Slot geh sterben lol hab's gefehlt aaaaaaah Sonnenlappen nein und Dennis ist hier am Gegner Team was soll die Scheiße Marik du hast doch gesagt die SNAP äh die L96 geht doch nur 210 ah die L96 geht doch nur 210 ah die L96 geht eigentlich etwas weiter ich hab grad 219 und einmal 220 gemacht scheiße die geht noch viel weiter ja ich hab damit ja ein 270er glaube ich im 250er 260 ich hab mit der 310 oder so ich hab mit der 400 ich hab dich krass beobacht nein das war ein anderer ah Marik ist jetzt auch dabei ja wow egal so was habt ihr für Themen nichts ich hab auch keine Themen Schlag was vor ähm wir haben alle die große Pümmel immer Schlag was Besseres das ist so überpiepen wie bitte ja das was wir heute mit uns kein Piep weg machen kein Bock das zu bearbeiten ohne Scheiße ey ich musste so viele Stellen raussuchen lol wer ist bei dem Heli der fliegt grad mit dem Kaffee oh mein Gott recht nicht nope äh ich hab dich geklitt hab ich auch genau lol ich hab erstmal Teamkill gemacht dein Ernst sorry ich hab erstmal Noob geschrieben ähm lass Kühlen gut oh geil noch ne Runde und noch ne Runde dahinter ich schlag irgendein Dingensin vor irgendein Thema ich hab kein Thema ich auch nicht ja wir sind immer los das ist ein Thema wer hat ein Thema keine Ahnung ich nicht nicht mach damit ich bin nicht nicht okay Marek zuß das ist ein schwules das ist das ist das ist das ist das das ist das ohne Scheiße ich bash ich jetzt alles weg Problem ist das Enrico bist du hintergeraht wir sind alle mal im Team das will ich sehen lol wow voll die krassen Framer ein wenn Marek mit der VSS spielt dann denkst du er hackt ja ich habe keine Felsenhaut so Jungs ich glaube ich habe ein Thema ja was denn ähm ja bei ähm während des Aufnehmens kommt eine Mutter rein und labert euch voll das ist ein Thema das ist was sagt ihr dazu also ähm also ich sag du bist ziemlich los nein 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 jetzt sagt mal eure Meinungen dazu da haben wir wenigstens ein Thema während der Aufnahme das Mutter rein man sagt eigentlich immer Bescheid dass man aufnimmt und das ist mein Zimmer das abgeschlossen ist ich hätte auch gerne einen Schlüssel für mein Zimmer nach oben Ich kann mich auch abschließen aber dieses Mal hat man das ganze geklopft dampf z ich weis was ein Thema früher ganz größt ja wo die sind alles was sind alle keine jetzt aber träumt nur als nacht also ich habe wagen oder für dich ein was hast du ein bug ein bug ja mann dass wir kommen zu 10 ich bin ich glaube gerade die steine hoch ja danke ich ist der version gerade so eine geile stelle gewesen was man was das war kein headshot dennis wo bist du möchtest du auch möchtest du bald ich komme ja weil der server ist voll Achtung hinter dir weil ich schnell ging das denn nah ist der war gerade noch leer und ich weiß gar nicht haben die 16 90er vom anspielen was ein ganzes Ding ist Marek ja bisher die Faust ist auch mit Standard Visier Hauptweg habe ich mal gespielt bloß nicht füllen zurzeit mit Rettung Bildverfurt er hat sich auf der Zeit und das Standort Visiergeld da braucht man eigentlich nicht äh das ist noch wie über eurer Tag und von der Welt wo seid ihr denn ich meine es ist ein Spawncamping user in your channel time down user enter your channel was geht warum bist du rausgegangen jetzt kann er dir auch nicht antworten hey wer ist denn raus und rein wer ist denn jetzt raus hey komm klang mir doch gleich den kill hallo hallo wer ist noch da Marek glaub ich ist weg ah super wundert mich nicht nicht wirklich nein ne da war draußen alter die töten sag ich schon äh die sterben da sind bei B im Container um Spawncamping zu machen Level 17 und hat L96 90 Tja ist aber keine Seltenheit mehr im Test ist das ist gar kein lol und ich bin gegen euch wie toll nice geil das ist für ein dummes Kind das ist für ein dummes Kind der Lauf da hinten war ne hab ich ne bist du neben mir hey ich habe eigentlich voll Bock mit medic zu spielen Achtung LAV das ist der Löffel für sie die Exer machte es ist ja keine erneuheit trotzdem aber wir sind ja alle keine Brühe also daher er geht mir als kein Tank nein du hast Glück dass mein Motion Center geworfen hat warum er hat mich da abgeballert ja mal Prozent was wollte ich sagen ich wollte was sagen ersten 1 0 ich habe gerade mit der L96 ach ja genau ich glaube ich weiß wie man ein Typen aus dem LRV rausschießen kann irgendwie in die Seite rein ich habe letztens heute war das glaube ich habe ich mit der M5 90 in die Seite reingeschossen und hat 45 damage gemacht es soll auch nicht mehr und muss einfach nur gleich schießen wie nicht direkt in die reißen sondern T4 ich weiß nicht mehr aber ich habe 440 damage oder so gemacht und man macht ja sonst immer nur so so 2 3 ne am reichen nicht ich bitte den behinderten Humvee umbringen er fährt die ganze Zeit durch C rum alles voll ich bin auch bei C ehrlich bist du auch bei C ich sehe dich nicht der ist gerade am fahren ach schon nein doch 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 den kriegst du damit ich dich damit ich dich klinge kann na schon wir ihn das jetzt nein wie 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 viel auf aufgegangen sind 4 5 Leute man also einen hätte ich noch gepillt der mit der Farmers ne ja lol ich habe dich mit der Granate gekillt lol ne ja man äh im gegnerischen Team ist ein Hacker der mit 16 1 ist habe ich gerade beobachtet der dreht sich ganz schön umkillt jeden kennt ihr diese Hacker die nicht die sagen die sind keine Hacker ja zum Beispiel denn halt ja ne dennis ja 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 spaß nein spaß nein nein ich hab auch auf den Box schicken Alter der Camper ist tot ey einer kämpft in mir ich werde es immer noch ich werde es immer noch ich finde ich finde das Gericht aber voll cool ja da hat er seinen Hacker angeschaltet ich die Number ich bin aus dem Sektor wer macht das für den Tod zurecht der zweite fliegt mit dem heli rum ja das ist ja mit dem Heli der Erste spielt einer von euch mit der M95 gerade Nein Nobdo Aaaaah Ey Jungs 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 Das Jungs iplock مل Jungs 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 dran ich war von beim haare schnell in Friseur und das nehmen noch ein Ding nicht geschickt steckt ein steckt ein ich bin der Enten Janne noch gleich Warte doch die Knie Stattdruck Warte doch der Klinik geschieht ja ich bin ich glaube ich habe noch nie einen mit dieser Waffe hier gekillt ich habe mich ja ich habe mich gemacht hat er es nicht zu sehen zu gehen da ist es zu offen da ist es zu offen das ist direkt weg ich denke mal aus ja ich schieße dich weg ja genau weil wir im Tank drin sind geil du hast ja voll die geile KD Dennis 0 zu 1 weißt du was ich hasse da kommt alles mit aufs Feld ich komme ich komme ähm kennst du das ein Rekommendes ähm Ballistic Ranges heißt das glaube ich dies Visier und es drauf hast aus der EBR und du läufst Alter das ist so hässlich ne das bewegt sich so hoch und runter hoch und runter ja ich weiß wer geht aus Hotel ich gehe auch nicht okay wir gehen alle aus Hotel und ein Medic wäre geil ein Medic wäre geil ja ein Medic wäre geil Marek ja ich habe sie gar nicht mehr drüben ich gehe kurz aufs umskillen und dann aufwechsen alles klar Leute haben ich auch ich auch ein Medic Lohnkopf zu beklären ich werde mit der 6 6 ich möchte wenn ich fein wenn ich beim Fündigen ich möchte gerne mal weg alles klar ich habe dort erklärt und gelegt und er kann mit dem Leiter ich bin da nicht drin in dir drin das ist nicht schwul ich bin in die drinnen hier kommt wir müssen ich habe ihn als erstes angeschossen ich habe ihn aber angeschossen als erstes alle auf ihn nein du wichsen ich glaube das wird nichts wenn wir alle auf einem fleck stehen hier braucht nur ein heli vorbeikommen da ist er schon ja als er wenn er einer schafft warum machst du die verfickte kacke kaputt jeder hat den bereich was nehmen als er ist die alle meine kürze ich habe hier hinten verpisst du ich riko oder wer ist das ja ich bin ja du bauer was ist er denn das ist geschenkt versteht die russisch nein nein wollte wie ich gesehen habe diese Kugel heute richtig was abgekommen g nachdem wie sie nicht losgefahren bin ich umgegner um und treff ich den wach wir sind jetzt also und treff ich nicht der kenne ich auch nicht ich habe nicht genügend um aber man macht man mal ein bisschen unterrichtet warum warum registrierte die Menschen nicht das folgt der Tag ist bloß nicht an und der Köln der Korn hat die Fendi ich habe ja auch vor Ort mein Gott das ist auf der LV ja das war noch sehr sie müssen ich habe sowieso weniger aber wieder singen werden jetzt will dazu dass wenn die Mutter ins Zimmer reinkommt ich weiß es ist nein Leute ich bin die SVD besser ich habe noch 11 ich bin am Dach oben und das ist der erste Weg da unten kam ich an Marek du musst erst mal herkommen ach komm ich Achtung Achtung Marek äh es ist eine Ruhe schon ja man irgendeine schon aber habe ich nicht die L96 mitgenommen geht doch 225 96 Jahre wie viel 206 95 äh oder so bei 50 oder sowas ich weiß nicht genau boah wie lange da gebraucht hatte wird dir immer noch offen eh mann wie will heute jeder mein Zuhause das Nost die Team Switch ja ich war bei Marek geil der wollte die UC4 hat aber nicht geschafft Marek wo bist du? Marek geil ist wer jetzt schlafen das verräts Marek 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 ist die also Marek der Todes er ist da oben eher das ein Kipp mit Nel 6 Nel 6 denn es werden sondern und das das aber gar nicht unter die am einen Punkt ihr oben das in Schreden erst wo es wird Prozent du bist doch gar nicht Norbert schon bei jetzt kommt Medikir noch hoch offen verteilt ja das war Marek ja 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 und schon wieder ist ja 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 kurz eine Aufnahmepause bis gleich so da bin ich wieder und es wurde nach der Klitzeklempause weil ich es jetzt nicht nicht das war nicht Murat seitdem wo bist du du nur ich denke es wird ja nicht mit den Ahnung die Gegner geht Prozent und die Runde von der Karte ich glaube ich wollte gerade die letzten Kälte machen ich habe das gilt immer noch eine Runde jetzt wird sie nicht ab 6 Uhr nachts 2 leute dieser hat herz schon weniger kills aber dafür mehr punkte weil ich jeden anhälte ich hasse alan ich wechsel mal klasse ja du hast alle an ich nehme mich noch mal auf eine etwas länger und wir machen aber richtig oder ich komme mit engine da habt ihr wenigstens ja ich bin da du bist ja kam feli macht kein schönes denn es macht kein schönes sie tun du hast kacke was soll das kacke es macht der gleichen looping ich stehe hier bloß rum du bist doch im kampfeli geschieht fliegst du schief spring mal lieber raus ich glaube das mache ich gleich kannst du mich hier auf dem dach ablassen ich bin draußen in welchem hiel bist du hast du bist bei den anderen was denkst du ich frage mich gerade wo ist der musikbad bietet der musikbad wirst du jetzt ein musik haben oder was ne alter leckt das oder ich glaube der typ leckt bei mir sowas ne alter leckert man kann der drinnen hat die 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 Leute ausgeräuchert die glaube ich schon ein wenig ausgeräuchert wir haben er das ist ja ein offizieller Server oder ein Haus die kann auch keiner schwingt und die Leute gehört irgendwann schreiben sie ist die okay in solchen Leute würden von Server behaupten das Geld ja es ist ja auch denn es jungen was doch nicht hoffentlich ist die nützt zu sein durch so dass du verlieren ist und ich bin leider mit guter als erstes möchte ich auch noch mal okay das gibt es doch gar nicht ja, fisch dich ruhig ich bin mit Marek und Murat im Timo Enrico, wo Kerstin ist er doch wieder was ist Marek, die auf dem Kran ist? die, die auf dem Kran ist? Enrico ist ja auch bei uns, oder? nein, ich fühl dich nie Achter so, ich bin mit Enchi, Penchi Enrico, kommst du mir warum tust du so was? wo leuchten sag ich dir doch nicht sag mal bitte ich lobe nach Y Epsilon alt in zwei von X nach Y alter fucking lex alt im Teil ja, man, der Server leckt da bist du ja fuck it vom Worte zu mich gekillt gehabt von A also was kommt dir jetzt an oder zu B? ich bin bei B ich bin auch bei B ich bin auch bei B Gedo, hier ist einer Sette Gedo, hier ist einer Sette oh, nix zu runtergehen, jetzt hab ich so ein blindes Huhn tun man ja doch noch in die Klemut wer ist, nein, doch lol den hab ich gesehen, aber ich würde da reingebrennt nein alter bitte, wenn ich habe weh die Klemut Sette an, da waren wie viele Leute waren da? da waren zwei den einen hast du gekillt und warum leuchtest du? ja, weil der anderen killen wollte da war da noch einer neben dir haha, schau mal in den Killen lol, mein Gott, ich hab's gesehen immer bei solchen Situationen aber mir fällt grad ein, ich hab mich mal beschäftigt mich drin auch, weil es so nein, ich werde dich gerade killen alter ja, bleib auf meiner Leiche stehen bitte weil dich, aber ich bin schon tot ey, mach mir mal ne Runde, Haki Rush oder Basra ich bin für Basra ich hab erstmal die Schnauze voll von ja, da war ich ne kurze Pause ne, nur ich die geklafen ich mach echt nicht mein Kill-Clown ist der Typ tot? ich bin eigentlich nicht markiert ich seh dich, Morat fick dich ich seh dich auch ein Rekord haha, fick dich hä, der hat doch, der müsste eigentlich getroffen haben, Junge hach man, ich hab auch getroffen ich hab auch getroffen ich hab auch getroffen so eine reichweite reichweite hier range wenn du mal bei B bist, dann kann nicht jeder abschießen Enrico! Ich höre richtig die Schüsse, aber guck, am weit fliegen Na endlich! 256 Minuten Ach von da, ich hab dich nicht gesehen Nein, bist du gar nicht Alter Vorbein In den Haus Marek, was war das denn? Ey, Marek, was war das denn? Ey, Marek, was war das denn? Der schießt auf dich gleich Wolle Ey, ja, der schießt auf dich gleich Wie du abgelenkt hast, du Wichser Bei ihm bin ich Gegner Also bei... bei ihm bin ich Entschuldigung Ich bin nicht der Gegner von dir Ja, du bist bei Murat Und den, äh, Daniel, oder? Nein Komm schon, Enrico Komm schon, Longreads Snape Komm schon, komm raus Ey, die sind schon viele, viele, viele Enrico, bei A, komm schon Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Bei A bist du Nein Loll, ich hab'n Bug Mutter, du bist du, ich hab'n Bug Ey, da muss doch sein, Junge, das gibt's doch gar nicht Ey, ich hab' dich so oft abgeballert, ey, ich hab' noch einmal getroffen Ey, fick dich, ich spiel Ich muss ja erstmal hätten lütchen Ja, dann hab' ich ein paar Mal auf die Headshot Öhh, oh Mann, oare Junge das war der Kopf von Händen von der Schwierer der Begründung nicht abschließen aber ich weiß was das war der Kopf ich will die Wälder und in der Sitzung abstürzend einmal erhältlich selber wechseln da bietet sich ja in der Autor einsteigen im Auto wo bin ich denn aber doch die Kugel ich habe keine Kugel bekommen das beobachten Fick dich jetzt komplett bestimmt wird denn es von der Seite angeschissen was oder Marek Roman Enrico ey wir sind zu fünft oh nein jetzt weiß er wo ich bin Wichser jetzt kommt Marek ja Marek hab ich gesehen jetzt was bist du jetzt drin ach so es liegt aber nur ein Jet entgegen weil es weiter ich freue mich schon wenn man wenn ich ein PC habe ich hasse einfach nur die Ausrufe lassen warum kann er nicht ausstehen keine Ahnung nein ah fuck it sobald Marek wo es in der m 82 er hat gesagt M8 ich bin die Verpflichtung die ist dies gar nicht so gut wie sie tut 5 Minuten gut ja siehst du Seldia ist letztens so abgegangen weil er mit der Spielkarte war klar was du war hatte ich M8 B1 im D-Worten-Slot da wollte mit den beiden gespielt nicht auch ist eigentlich unnötig dass die die Waffen rausgebracht haben JNG ist echt schlecht eigentlich da bleibe ich lieber bei einer M95 ich höre wieder nicht nennen zu ich werde die sollten noch mal machen dass die jede Waffe über 300 Meter schießt aber bloß mit einem anderen Bullet Drop ja dann machst du ja nur noch Range Kids ja wo wozu ist der Sniper da der braucht Money der braucht Money ich wo bist du die SVD hat man Bessere Range älter ja wo bei D dann gebe ich dem Money da bleib stehen ich hab dich gesehen aber jetzt bin ich tot warte ich höre einer wieder bei mir Romlex ja hast du mich getroffen ich glaube nicht hast du mich getroffen ich kann vielleicht habe ich mich schon ich bin ich bin ich kann gerne hast keine Punkte bekommen kann gerne Money geben ich werde es mal machen du bist die Heck Heckfresse ja Heckfresse ich glaube die Namen sind genauso behindert wie die Spieler hahaha warte das ist gerade nicht meine Runde der Serjan nö meine auch nicht ich habe schon heute die ganze Zeit mit Sniper gespielt damit ich eigentlich leveln kann ne alter der ich bin noch 20 am Hand wie alter Mann sonst bringt mich hier keiner sonst bringt mich hier keiner alter wie die grad face rape er sagt äh kill äh äh kill rape äh kill rape wo bist denn du ich seh dich Henrico komm raus komm raus wo ist denn ja ist oder nein ich gehe mal auf jeden Fall das hat 200 Meter aus dem Weg aus dem Weg aus dem Weg als letztes Mal so die Idee ist kill gemacht ich habe so ein krass vorbeigegangen etwa wer ist das von euch im jet du bist der enrico manchmal hat man so eine phase wo man sich fragt man das ich habe mich verarscht manchmal sieht man die Schüsse dieser scheiß Helis gar nicht ey bei mir bei mir leckert es aber so anheftig dass ich nicht richtig spielen kann ich brauche mal nicht so ein Messwechseln naja jetzt 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 wäre ich lieber die Aufnahme naja das war's für dieses mal ich hoffe es hat euch gefallen tschüss Tschüss, tschüss, tschüss